Ok, hallo, Nettje kommt. Hallo zu Raft, Raft, Raft. Mein Ding ist kaputt. Nein, das ist es nicht. Hey, meiner kann nicht werfen. Wir haben ein neues Projekt angefangen. Wir haben Spider noch nicht gespielt. Ich kann nicht werfen. Nee, ich hab den ersten Teil gespielt. Ich kann nicht werfen. Gedrückt halten. Ja, und dann? Loslassen. Loslassen. Ich hoffe, mein Tod, das geht nicht. Bist du komplett behindert? Ich halte gedrückt, bis es voll ist. So, und dann lass ich los. Und er fällt dann voll. Dann einfach hin. Links krieg gedrückt halten, gell? Ja. Dann loslassen. Der geht nicht bei mir. Soll ich den mal reinklafen? Ah, jetzt gehts. Ich hab ihn grad gedroppt. Ah. Ey, da ist ne vorne, da vorne ist ne Insel. Oh mein Gott, ne Fass. Meins. Okay. Ich hab den ersten Teil, also so ein bisschen früher schon gespielt. Scheiße. So ein Loser, Digga. Oh mein Gott. Rokko weiß gar nichts von dem Spiel. Das ist der Loot. Äh, wenn man einen Haken hat, kann man das dem anderen nicht grabben. Äh, ich kenn das Spiel. Ich hab's bei Paluten und Gemmin' Let's Play geguckt. Mit dem werden wir auch nochmal irgendwann was aufnehmen. Äh, den Namen zensier ich. Weil, äh, äh... Copyright Claims. Copyright Claims, genau. Die bisher auf YouTube sind. Er war aktiv. Ich mag dich nicht mehr, Paluten. Weil er sich schnauert. Oh Scheiße. Oh! Oh! Oh, guck mal wie süß! Er lässt sich in Ruhe. Ich glaub, der mag dich. Meins! Du... Äh, ich glaub, die Musik spielt zu Leute. Ich glaub, die haben mich gar nicht gehört. Ich hab' schon untergestellt. 어�ahah nicht weil ich erkläre Emo 7 Prozent seit dem schon gesehen dass ich gespielt habe Zauberbettung die Kirschwein Bruder was das da ist aber ein Kleidabschrank der Städte sieht aus wie ein Atompfass ein Kleidabschrank alles ist auch eine Kiste aber so ein Atombombo aus Russland ein wenig Privyet übrigens meinte ich eine Munitionskiste kein Atombombo so wie kann man die Krediten eh nicht ich mit Kuh Tab i Tab i jetzt riecht der i Tab ok i äh äh ja ich mach mir einen Speer gleich ich bräuchte bräuchte äh kann kann er mal aufhören zu knabbern ja der ist hungrig ich lass ihn doch der ist übelst nervig der Typ oh mein Gott der hat einfach was abgebissen mehr ich dachte bei sich sofort ab er was soll sonst machen ja ein bisschen beschädigen die Schnelldraube ein erbaut durch bist du bis zu wenigstens das ist ein Axt das bringt nicht wirklich viel da doch diese Mangos und so schlecht ja muss ja hier mit den Appian Appler Pinappler bis sich um den Scherz das Ding erneut doch dann hat es ihn ablettern abwehr Koppersmaß Koppersmaß ich weiß nicht wenn auch mal an der Bauern aber das ist gar nicht um anbieten nicht baby da hätten es nicht in Warnchen es wäre immer ein Teil auch abstecken um wenn du mir glaube ich zwei eine Planke gibt es erst seit langen müssen erlaubt es ist gut dann anwenden Samen anbauen wo da heil ganz mit zwei Planken geben dann kann ich ein Sperr macht an die sie ja aber du brauchst mir alles sei einfach besser jetzt nicht irgendwie muss ja gefördert werden ich bin aber nicht mehr in der Förderstupe bitte sogar durchgeschwommen kannst du auch nahe Sachen mit ihr aufnehmen das find's nicht egal ich geh mir jetzt holz nicht nur weil ich einen Millimeter davor war ey du Klaus ist mir schon wieder ja in der Welt das gut wer hat man jetzt in Anfasskippen USA ich nicht schätze du kannst doch das andere nehmen wenn so fernwärts aus auch ja ich weiß Scheiße er hat sich vorzulassen Prozent Mann haben sperrt ich bin jetzt der Verteidiger von uns zu sagen der Knabber der Wegsland vor allem ich wollte erst mal da haben die Kriegskeitscheid das noch kein Grund soll bei dort mit wie kann ich jetzt ist so ein Hammer brauche ich gern ja wo ist mit der Bauhammer hier auch wenn es teuer noch mehr mehr holz ich weiß es hier ist einfach richtig durch einfach Bäume auf unserem Boot planten können das ist nicht gar geht es soll soll sich hier lassen oder das geliehen sagt Großholz wegen des Strasse Zolle mit der Wanderung der Verhältnisse Prozent der in der Klaner Klaren und hat er brauchen Geld nein 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 Scheiße er hat er keine Lust mehr zu verabschieden weil sie gut er hat das und er um die Prozesse nach die und die die jahre ist die ich denke gerade nah kann man mit einer reise der mann Prozent an die dir Rd die Anliebe was noch kein Holz geben ja aber du willst das auch für eigennützige Sachen machen wir finden Speerwurz und Speer eigennützig hat einen brauchst du nicht unbedingt zuerst ich habe schon ein Leben machen es gibt ja eine die kann ich hier drei Palmenblatt ich kann nicht eins trocken ich wollte ein paar mal so er hat sogar den Satz und an was dann sonst bleibt die Gefährdung der nachdeckt das ist der Kette ab hier in den Bieten der Faktor Prozent er wird es nicht mehr als nur noch auf einmal besorgen wird hast du Sonnensäge an der jahre ist also ein bisschen Eike Klaus bis zu schneller Matrose und nicht ganz schön es auch keine Musik mehr ich habe es uns stellen ein okay wir sehen einfach mit ihm und in den letzten und auch die ich hinaus Zauber Prokurse und das hat die Gäste an das funktioniert er kommt noch in den Schwerpunkt was wird passieren wenn wir dann einfach erklärt dann müssen wir uns vom Heilen umbringen lassen um und zu und wenn er nicht mehr in der Nähe ist Prozent mit dem Neustart man kriegt was er muss sagen Prozent aber so schlecht übersteht das Spiel die Verstehe ich das st doch gleich neun greifhaken und wir können so nicht so aufbauen ja ich mache jetzt 1 meiner auf auf der Karte hatten so schlecht der Gapast aber auch nicht die ich mache nichts was das denn bis jetzt gebaut die gefahren und wenn ich aufs Baume sagst du gib mir deine Ressourcen was wolltest du bauen als ich das Ding gebaut hab ein Speer und danach wollte ich auch mit Angelrute sparen ich hab schon ein Speer du kannst ja auch eine Angelrute sparen wie soll ich schon längst aber du klaus mir ganze nein du klaus mir ganz alleine sagen dann sagst du machst nix wie so ein Diktator einfach nur hier wie viel brauche ich denn für eine Angelrute so eine Angelrute noch viel sei der 66 Seiler das ist so scheiße Alter das Game hey hör doch auf mann nein er hat keine Lust mehr die Lager die Lager ich hatte keine Lust mehr die Lager die Lager die Lager nicht in der Verrung lassen gefallen das Qualen die vorne ich kann nicht genug werden kann ich die anderen ein ein bisschen Plastik ist immer gut ich kann ich maximal von von einer Sache tragen ich kann Prozent aber ich glaube ich mache was macht es aus der Schule schon gemacht Prozent der Stichwissen Planke rein tun da mit Zürich kann ich anzünden er muss er sein also wo und und die zu mir ist ein Jahr nach so her und der Brottenbächer an der Kanzel Prozent das war ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß aber aber nicht nur mitzünden wir das an mit ihr mit dem Wasser ja aber 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 was zu benutzen werden uns anzuzünden was er das ist glaube ich nicht das ist so funktioniert das gibt der Wale das ist ja cool das könnten wir einfügen es müsste nicht dass sie ach so hoch schade das ist cool wo er sich gut hat dass der ganzen Ball angreift mit dem Speer der wird er auch übel zettelungen eine Attacke und ein Schiffes weg eigentlich will ich ungern mit den Haid töten als er mittlerweile nahe mal angeregt für das ist auch da ich keine Palmetter bekommen hat sondern nur überholz und in der Pfarrer fahrt ich glaube ich habe fünf Seiten für dich ich hab das irgendwie ausgeholt sonst kommt man ja weil jetzt nur noch nur noch eine ich hab auch ein Gipfel gemacht Rausch verdurste das ist aber nicht so schlimm ja es gut ging aber Salzwasser äh solltest du nicht aber ich verkannte dass es sich mit kann man hier mit Behälter genau zu meinem Mentali wechsel ich es jetzt aus e und dann nicht trinken flüssig er hat was ist rmb die er muss ihn so aufhören nur einmal funktioniert nicht das ist voll der und dann wenn das nicht ist ist das voll du musst jetzt aber gar nichts doch natürlich ist hier hier ist links von mir ist das ach so ja ja okay und jetzt und dann hast du jetzt Salzwasser in deinem Becher dann kippt das weg ja ja und dann kannst du eh hier drauf und dann kannst du das mit links gekränken das hat dann einfach funktioniert aber er passt nicht auf was so schlecht gemacht die Anruhe ich mir dann ruhig mir bitte scheiße ich hab'n Plan bekommen für den Empfänger ab der ganze Jahr an Rassist wo da hab ich dir bekommen ah ich hab' jetzt auch ne Handelroute die aber nur ich benutze dann äh ja stell also bin ich jetzt der Angler ne weil ich für euch nicht deutsch bin gell ja klar weil Angler sind meistens halt nicht äh ach keine Ahnung was dazu sagen soll du fassungslos okay boah das ist ja richtig logisch die Angel schwimmt einfach mit ja ja vor allem es geht einfach so nach 20 Sekunden schon fisch dran wie im Relay wie im echten Leben LB Alter bin ich gut ein Seebarsch ja hau mal ne ne Seedrasse was soll ich jetzt soll es auf den Grill hauen ja ich muss noch ein Zeug holen ich mach' mal auch noch ne boah essen 100 Palmetert kann ich viel Planken geben ja ich hab' genug Planken wie öffne ich mein T ne wie öffne ich mein Inventar I Tab bitte ne jetzt ne jetzt hab ich mich an ein I gewöhnt jetzt würdest du in Minecraft irgendwie Inventar auf I öffnen ne auf E ja Tab ist auf ist wie in Minecraft auf E aber ne ist super kann ich irgendwie den Hai angeln echt ne aber du kannst den ködern ein Hering ein Hering vor einem Heimblatt das ist so unniveau das ist so unniveau denn vorhin habe ich 20 nur gesehen aber jetzt alle so dann esse ich auch die Kine ihre ist wahrscheinlich auch schon bist du im roten Bereich nein ich bin fast tot schade trocken ne ich brauch den nächsten was ein guter Team mit ah ich hab' ein Palmenblatt hier abend er hat sogar ein Wasser geklappt was du gemacht hast zum Seil haben ich will das dahinten ab ich angel ich bin der Angler von uns Leute das rochen was laberst du wo wie cool die Karriere ansteigen einander schön solch eine Anreifen was haben wir zu sein der Flieger und der Boden drüber ich bin man kann ihn abstrichen du du und der Typ ich komme nicht hoch er ist er ist ein Scam-Bucksang du darfst nicht genau du musst leichter vor Prozent schon abspringen man muss springen ja so warm oh mein Gott nein ich weiß nicht ich jetzt geklaut ich hab' doch gesagt ich hab' doch gesagt Alter Degas so ehrenlos hast du jemals eine Blanke da rein überhaupt schon geplatziert ja guck' in mein Video nach so hol ich mir die Klicks klick auf klick auf 100 Prozent nach oben ja du musst jetzt ein Sub-Tutorial machen schreib das mit in den Titel schreib ich auch hey nein Digga jetzt kopiert er mich sogar jetzt haben die Leute verbaut der Folge das nicht kopiert noch ein die weiteren hey nicht mit mir denn du bleibst hier du kleiner äh ehrenloser einer muss immer drauf nein 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 nicht länger Säge wundern davor da ich hab' dann aber das zu mir ist aber leid heute Lanzmann die so kaputt geladen das die Anna hat vergessen die Verneinung gesammelt haben das jetzt hier zur Not gegeben das ist Bellett dr Knick des Drecks und heißt roter Lachse abacken blau Grau das war nicht auch eine Hebranburg ja auch genug Jeanvaud 4 Drawing Wendel Fisch für die Angeltworte das Ding aus Holz das sieht man doch aber nicht einfach kurz geschnitzt oder was das ist ja auch nicht so ein Welt oder so der Mann richtig fett muss aber weiter so ein würde ich gerne essen im Jahr kommt er dann ein Ersten das auch Prozent überlegte sie haben die Sachen aufsammeln mit dir und das ist ein Markt worden mit euch hat eine smarte Idee es wird und so krass helfen was ist mir passiert der ist bei mir kurz in die Luft gesprungen ja ja guck mal ich hab die Gäste und du nicht ich bin ja ich hab immer noch kein Hammer da noch ein Seil ja aber weil keine Palmblätter kommen aber am Anfang ist halt so ein nacktes Überleben das musste ja dann steht das angezogen ich kann auch meinen 5 Modus gehen auch v auch auch geht nicht auch so z die sie weh sie das ich denke alle geben ihr ein Blattes klar er die nie die 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 noch mal er ist dann ist jetzt zwar nicht an alle da um keine Ahnung wo die Sachen sind muss immer durchgegeben da und jetzt einmal hier er hat man es jetzt machen okay ja hier ist es doch aber Kinder wie lange machen die Partei nicht mehr er und sage ich jetzt nicht was ein mit und 20 mann nicht 30 geklaut und die Karte macht das ist unsymmetrische ja ich bin ich will das aus dem Leben machen wenn ich mehr habe der Zeit lang geht hin Sonderhaar das heißt ich war gerade ein Schwenk-Konferenz mein ganzes Viertel Holzstück gelockt das hat er nur 7 das ist so gemein wenn wir das jetzt klaust ich hasse dich das ist so ein Scheiß-Game meine Angehörige ist kaputt du hast meint ich habe er haben klar nebelig nicht mehr sind das schon das sind schon angefasst ich habe ein Gipschen abgegradete Version von dem Texting hier von dem er von ihm hat jaja er ist mir leid BAM BAM was hier was was ungeraute du Knöchst kann ich um die abbrechen vollkommen der Sound ich habe Musik der Werker oder von diesen Insel da ja mal herunter er aufbauen wir haben an ich steig mal hier der Aufstärkung ich könnte mit er kann zu drehen und dann er und dann ich sind verfeilt hast du da was hallo in der Welt hat nicht gut gemacht nein das haben wir noch um nicht gelingt der Weg mit dem Weg nachdem der Mann ist denn er er hat und auch er ach man auch ist der Raum zum und ihm aus um aus dem Ort der Fakt ist ganz normal bei mir nicht gehören denn es normal ist nicht mehr ich kann es abgesehen wie er vorhanden kreisend abgeräten Prozent war die Sau rechtsklick und dann auf den letzten Slot Reparier-Riening Boots und so kann man noch reparieren in den jenen ich bin der ich bin der Gesundheitstyp bei den Planken so dann wir brauchen mein Schrottding ist kaputt nebenbei so ein Haken kann ich herstellen hast du einen Anker hast du eine Planke um die Hölle sollte ich nicht eine Planke ach so eine Planke habe ich ja kurze Stimmdruck äh hier äh das geht sich nein schweizend 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 natürlich mit dir nein ich hab so falsch geworfen ja er hat er ist ganz schlecht einfach und ein zweiter schon was ich durmieren werden das Konieger Astro Namens Prozent 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 Normanski das ist eine Qualle an die Erbsen Rübe er hat so was du hast du mittlerweile nach der Nähe wie oft denn noch nein das war sehr um ein Gott der Karriere aber wie kann man die Axt machen ich habe eine Anstattung im Bauch ein Euro war natürlich hast du eine Axte ja auch nicht so keine natürlich nicht dann soll ich die Blumen ein die Reihen gebe kann man mit dem Blumen auch was machen aber könnte ich als wieder weg um so blauer Samen nach Koppel Kierkegaard hat in der Kürze Abbau ich bin der König der Welt der bei dir kommt der Heine nur ganz die Nürburgräu nicht mehr so machen man zu unter Wasser da war da kommt der Korkauer welchen abstechen was passiert dann äh dann geht er weg also muss mir aber wenn er nicht weiter nicht in der Welt du kannst ganz in Abstände vor dem Fall Prozent Prozent ich weiß ich weiß bevor ich ihn weiß einfach zu dir um die Fassi aufbrechen der Hand ich hätte die dann weg Nena wenn er sich jetzt das aber ich würde wenn er nicht mehr nennen Alter Fassen Lisa Wichser kann ich irgendeinen da hat er hat man hier Hannein Köder bei mir ist gerade in der Welt mit der TK wir haben ein wichtiger Punkt also ich habe schon ein bisschen Ton Ton ist wichtig und kann man auch mit und Ziegelstein-Händchen herstellen die Masse Ziegler mit Sand für den Bräner Lass mal Wasser drin bitte du hast nicht mehr nachgeführt und eigentlich bin ich nicht gerne nach aber was habe ich immer vergessen da in dem Moment ja 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 die Koma Angriff zufällig kommen wird nein ich muss sagen ob er sagt wenn er kommt er kommt wenn er kommt er weiß nicht und andersher kommt ich kann das nicht sehen wenn ich so wenig Wasser Prozent ich bin ja wenn er mich jetzt meist Marien Neuer er verdient auf der Stiftung so perfekt jetzt bin ich wieder Läden zu tun ich nicht sie mir nicht irgendwie bei Helden beim Heim nur ein bisschen macht doch einfach ein Fischköhler ein Haiköler für keine Fische Köhler was wenn ich ihn neben mir platziert was sieht dann bei der Knappheit jetzt ich glaube jetzt kann ich ihn töten und dann wäre perfekt nein 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 wenn er der Knappmann muss so was zu fahren sonst geht er von weg ja jetzt ist zu spät das ist seine eigene mein Gott ich bin der Fassenden der Fass an dem Herzinfarkt gestorben alter ich habe vor Leid ich bin ich bin ich bin der Fass gestorben an dem Herzinfarkt in dem Gegner kommt er durch Steine durch übrigens ja eben deswegen ich schweige der Fassel herzhaft kommt einfach kurz durch den Sand geschwommen so nach wie einfach kurz getötet er hat immer im Gesicht ab zwei Prozent in einem erhebster ich gehe in kurz ab und zu spät ab und zu noch nicht aber ich wollte ich habe mich beteckt ich mag die Katze schluss noch nicht nur nützt ein dritten Oko Kut immer sich der Camp erst recht ab er war doch eine rote er war und die er nicht mehr an die erneut mich nicht mir lohnt sich selbst als ich starb oder ich hab irgendwas angemacht dass man oben ist meine FBS und Sonne zeigt bekommt man gut er ist über sieben gestartet wie sollten sich denn sonst starten ja das ist auch eine gute Frage aber die muss mir irgendeinander stellen da hast du es auch bei dir oben oben angezeigt FBS und so ja aber man sieht es nicht im Video ja bei mir auch nicht das ist ein bisschen vertraut natürlich sieht man das nicht dann habe ich nicht ich hab's ausgemacht komm her komm her, hi also ich hab's mir nicht auch ich also heute Nacht heute nicht ins Wasser und ich hab's weiter ich weiß nicht ob es geht, dann gehe ich jetzt einfach buddeln hab noch einen, hab noch einen, hab noch einen, hab noch einen S-Budel jawoll easy war ein gutes Tag Team wann merke ich dass ich raus muss äh oben ist äh luftbar oben Sauerstoff, ok gute Idee der fängt von rechts an links an er geht seltsamerweise nicht gerade runter, also es ist ziemlich weird was ist? der geht irgendwie nicht gerade runter, also es ist ziemlich weird wie meinst du drunter? also läuft nicht gleichzeit, gleichmäßig ab ach so und übrigens die alten schwimmen nicht, sondern sie sind an einem Ort also wir bewegen uns dann auf sie zu dann sieht es nur so aus, als würden sie schwimmen logisch äh Antenne hab ich mal weggebrochen im Bauplan kriegt man tausendmal noch, soweit ich weiß das sieht ja mal richtig dumm hier aus, auch richtig hässlich ja dann hol ich mal hier ein bisschen mehr Metall-Erz äh hol lieber Ton und Sand ja hab ich schon hab schon glaub ich schon drei Sand oder so mhm ist ja auch irgendwo sind hier außerdem brauchen wir auch Kupfer ja, komm ein bisschen kann ich ja ersticken, was stellt er sich so an du kriegst ziemlich viel Schaden und wenn der Heil wieder auftaucht, musst du abhauen ja wo kommt der eigentlich wieder? weil noch mal krieg ich den nicht tot dazu PRP ja ja ich weiß, wir konnten vor als er immer geknabbert ja hier hab ich schon erst eingesammelt, der Leck wo ich auf jeden Fall nicht gehe ich werde das leber ich weiß, das geht Juni Muschel 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 meine Einsparen oh mein Gott, wie es so wie es ist, es bringt Alter, es bringt nichts so dass Apostel das ich gerade abbruch, aber nur hier, ein bisschen lauter und nicht mehr so zu überzeugten ich mich noch überzeugt ja er wird sagen dass er kommt es sind dass ich weiß jetzt schon ich habe zu einem Herzentakt sterben nach vorne steht er ja vor allem ein Schwestern und beinahe nicht aus dem Platz für Steine Alter ich bin so der MVP von unserem Team so viel zu tun und die Sachen so viel mit alt was machst du überhaupt ein Loser das ist ich muss ihn muss auch sterben er ziemlich viel abgerufen und dass sie in die Lande um und ich habe sagen sogar er hat einiges ich weiß es habe ich gar nicht dann kannst du das mit der Klaube den Hofstuhl ab und gehen ja das ist das ist ja sie als ich die Kopferbrauch ich finde dass sie das der Erkennung der Erwerber will ich zurückgehen ich habe nicht man schwer also ja 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 das ist auch nicht schlimm jetzt die Idee ist schon irgendwas, logisch, ah, Palmsau Also, habe ich aber mitgenommen So, ich habe dafür gern jemand abdassert äh Antenne aufnehmen äh da so für den Swag Es ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich 25 Minuten machen wollten. Ja, ne, wir wollten 30 Minuten machen und damit verabschieden wir uns. Warte, wie komm ich hin? Warte, hier professionell. Bei mir ist es R5, aber ich hab's sagen. Steuerung S5. Nein, nein, bei mir ist es anders. Ich hab's verändert. Wie heißt denn das? Person Modus Announce. Ja, aber wo ist denn das? Leicht unterstrollen. Ah, dann ein bisschen mehr als leicht. Drehen, Spiegel, Entfernen, Huggelfarbe, auf dem Kostner Gegenstand. Spiel Third Person an und aus. Das ist bei mir Koma, Digga, chillig. R5. Und damit verabschieden wir uns. Komm, wir gehen jetzt Wasser los. Auf Wiedersehen, ihr Loser. Ja, genau. Ciao. Ja, Leute. Ciao. Ciao, Kakao mio. Ciao Kakao mio.